Was ist die Hilton-Tochter? Nehmen Sie so einen Fall wie die Hilton-Tochter. Die hat zunächst mal einfach nur einen prominenten Namen. Den Namen Hilton kennt man, weil es gibt viele Hilton Hotels. Dann hat sie gemerkt, dass dieser Name, oder was heißt gemerkt? Sie hat wahrscheinlich sehr früh mitbekommen, dass dieser Name ein bestimmtes Gewicht hat und in ihrem Kontext eine Rolle spielt und so weiter. Und dann hat sie sozusagen diesen Beruf des Prominenten ergriffen. Und das ist harte Arbeit, muss man auch sagen. Da muss man dafür sorgen, dass man jede Woche irgendwann mal in irgendeinem Medium, es ist gar nicht so wichtig, ob man positiv oder negativ auftaucht. Sie muss Kontakte pflegen, ein Netzwerk aufbauen, auf vielen Partys auftauchen, gelegentlich einen Skandal provozieren, schauen, dass sie von irgendjemand zum Opernball oder zu irgendwo einem ähnlichen Event eingeladen wird und so weiter und so fort. Man kann eine ganz lange Liste von Aktivitäten setzen. Später gründet sie dann ein Label, das mit ihrem Namen assoziiert ist, macht Mode oder Parfüms oder sonst was. Es ist ganz egal, ob das tolle Mode ist oder ob das besonders gut riechende Parfüms sind. Und jetzt kann man schauen, wer verdient an diesem System und wie. Dann schließlich fest natürlich das Mädchen selber. Dann natürlich aber auch diejenigen, die über sie berichten. Dann natürlich diejenigen, die Parfüms verkaufen. Die Bildjournalisten, die Paparazzi, die eben die Fotografien aufnehmen. Die Filmer, die vielleicht mal einen Dokumentarfilm oder ein kurzes Biopic drehen und so weiter und so fort. Es gibt also, je genauer man guckt, umso größer wird der Kreis derer, die an der Prominenz dieser Person, die als Beruf angeben kann, ich bin prominent, verdienen. Und was steht am Anfang? Am Anfang steht schlicht ein Name. ... ... Vielen Dank.